Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute mal ein bisschen anderes Video und zwar möchte ich euch mal sagen, mich gibt es jetzt ja auch auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Die Links habe ich euch unten mal in die Beschreibung gepackt und wollte euch mal sagen, wie die nächsten Videos erstmal ablaufen. Das nächste Video kommt erstmal nächste Woche, ich glaube so Sonntag. Sonntag oder Montag muss ich gucken, wie ich das schaffe. Vom Zeitaufwand, weil ich mache einen Vlog. Ich fahre nach München zum Bayern München Spiel zur Meisterschalenübergabe. Da mache ich einen kleinen Vlog von und dann will ich euch meine kleine Sammlung zeigen von Eishockey Trikots und meinen Fußball Trikots. Und bis dahin sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Dominik.